Detlef Dammmeier ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Vom 20. März 2008 bis zum 30. März 2010 stand er als Manager bei Arminia Bielefeld unter Vertrag. Karriere Der im Schaumbürgerland geborene und aufgewachsene Dammmeier begann seine Profikarriere 1986 bei Hannover 96. Von 1989 bis 1992 spielte er für den Hamburger SV. 1992 wechselte er zum VfL Wolfsburg in die zweite Bundesliga und stieg 1997 mit Wolfsburg auf, bevor er 2000 zur Arminia Bielefeld in die zweite Bundesliga wechselte. Mit der Arminia stieg er 2002 sowie 2004 in die erste Bundesliga auf. Zu Ende der Saison 2005-2006 beendete Dammmeier seine Karriere als aktiver Spieler. Um seiner fast 20-jährigen Profilaufbahn einen würdigen Abschluss zu bereiten, fand am 19. Mai 2006 ihm zu Ehren ein Abschieds-Benefits-Spiel in der Schüco Arena statt. Dabei traf die aktuelle Profimannschaft von Arminia Bielefeld auf ein von Detlef Dammmeier ausgewähltes Team, welches Dammmeiers Mannschaft mit 6 zu 5 gewann. Dammmeier absolvierte über 500 Erst- und Zweitligaspiele. Seine Position war das defensive Mittelfeld. Ab dem 10. November 2007 trainierte Dammmeier bis zum Ende der Saison die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld. Für diese Tätigkeit hat Dammmeier die 14-tägige Ausbildung zur Trainer-B-Lizenz erfolgreich absolviert. Am 10. Dezember 2007 wurde er, nach der Entlassung von Ernst Middendorp, Interimstrainer der Arminia, die er nur im letzten Hinrundenspiel gegen den VfB Stuttgart betreute. Nach dem Spiel wurde Michael Fronzek als neuer Cheftrainer vorgestellt. Am 20. März 2008 wurde Detlef Dammmeier neuer Geschäftsführer Sport von Arminia Bielefeld und somit Nachfolger von Reinhard Saftig, von dem sich der Verein zuvor getrennt hatte. Dammmeier unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2009. Bis zum Ende der Saison bekleidet er zudem noch den Posten des Trainers der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld. Zur Winterpause der Saison 2008-09 gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit Detlef Dammmeier bis zum 30. Juni 2011 verlängert wurde. Am 30. März 2010 gab Arminia Bielefeld bekannt, dass Dammmeier von seinen Aufgaben entbunden wurde. Im Sommer 2013 war Detlef Dammmeier Scout bei RB Leipzig und dort vor allem für die Gegneranalyse zuständig. Am 17. Februar 2014 gab der SC Preußen Münster bekannt, dass Dammmeier die sportliche Leitung des Vereins übernehmen wird. Nach einem umstrittenen Interview musste Dammmeier den Posten bereits wieder am 31. März räumen. Privat Detlef Dammmeier ist verheiratet und hat drei Töchter. Er hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Seit Dezember 2009 ist er offizieller Pate des Kinderhospizes Bethel für sterbende Kinder. Er folge Finalist im DFB-Pokal 1995 Platz 5 in der Bundesliga 1991 Bundesliga 2021